Erfolgsregeln von Arnold Schwarzenegger. Er mich inspirierte und motivierte schon immer der Lebens- und Karriereweg von Arnold Schwarzenegger. Er wollte Mr. Universum werden und er wurde Mr. Universum. Er wollte Hollywood-Schauspieler werden, er wurde Hollywood-Schauspieler. Er wollte Gouverneur von Kalifornien werden und wurde Gouverneur von Kalifornien. Deshalb möchte ich in diesem Video mit euch die Erfolgsregeln von Arnold Schwarzenegger teilen. Erstmal muss man sich klar werden, was macht einen glücklich. Zweitens muss ich alle Regeln brechen, die ich kenne und gegen den Strom schwimmen, um meine Ziele zu erreichen. Ich darf keine Angst vor Entscheidungen und Fehlern haben. Und ich muss die Nein-Sager belächeln und links liegen lassen. Weiterhin ist es wichtig, hart und diszipliniert an meinen Zielen zu arbeiten und jeden Stein umzudrehen. Und zum Schluss muss ich auch immer noch was an meine Leute, meine Menschen im Umfeld zurückgeben. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Regeln von Arnold Schwarzenegger. Setzt sie um und hasta la vista! Euer Siegercoach Sven William. Wir hören und sehen uns auf diesem Kanal. Ciao!